Bei Uncharted 4, das Grab von Henry Avery. Was, Mario, grüße ich euch? Ich grüße zurück. Aber du hörst mich, oder, Timothy? Du hörst mich, oder? Super. Und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Wie war dein Tag? Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Ach so, ich hab dich auch dasselbe gefragt. Er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Ich kenne auch Geschichten. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Mein Tag war gut soweit. Alles voll, alles relativ gechillt. Arbeit einiges wieder geschafft. Läuft. Guck mal, da ist irgendwas. Die geht mit Schilmini runter. Benni, wie geht's dir? Mit dem Garten angefangen. Was hast du im Garten gemacht, Timothy? Oh, das war nicht so gut. Was hast du im Garten gemacht, Timothy? Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Algen aus dem Teich geangelt, Platten sauber gemacht, die alten Pflanzen weggeschmissen, voll gut. Was ist das für Fische im Teich? Oh, ich glaub wir sollten uns mal ein bisschen konzentrieren gerade. Also das Schießen muss man echt, ist echt ein bisschen schwieriger, ne? Ich hab das Gefühl, wir halten lang nicht mehr so viel aus. Oh, Ben jetzt seinen Favoriten Pfeifaxor und auch das ist immer mal wichtig. Und Goldfische, keine Kreuz, okay. Reicht ja auch, Goldfische. Gehen wir mal hier lang, ob das gut ist, weiß ich nicht. Hier liegt Henry Avery, geliebter Sohn und berüchtigter Pirat. Was ist das hier? Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Schauleinausrüstung. Wenigstens keine Schauleiner. Okay. Da ist irgendwas. Bestimmt. Oh, wir haben Dynamit. Können wir... Oh. Oh. Das hätte jetzt jemand klippen müssen. Habt ihr das gesehen? Das war voll gekonnt, oder? Das ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum draufklettern. Ja. Ja, wo ist der denn jetzt? Zum draufklettern suchen? Nee, wir haben es überlebt. Ja, wo geht der denn jetzt hin? Alter, hier stehen hunderttausend Paletten. Warum nimm nichts davon? Hä? Hey. Damit können wir rausklettern. Was? Hier rausklettern. Was haben die denn? Ach, komm jetzt. Also, wozu haben wir das jetzt geöffnet? Und wie... Hä? Okay, jetzt haben wir genug Dynamit. Ich verstehe das Ganze noch nicht. Also, irgendwie ist das gerade so ein bisschen seltsam. Ich habe in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Ja. Das hat er wohl Tatsache. Ich hoffe jetzt bei den anderen Zuschauern geht der Chat, weil der Chat geht bei mir nicht... Also, bei mir übers Handy geht der aber sonst nicht. Ach, okay, jetzt kommen wir mit der Kiste da rum. Okay, jetzt habe ich es kapiert, was wir machen wollen. Hier können wir die Kiste runterhauen. Wow. Oh. Sorry, das war jetzt mein Handy. Ja, bei dir sehe ich es aber, ich glaube, bei anderen... Ich weiß nicht, also gestern hat er auch bei Vollfinish gemacht. Schon die letzten Tage. Und ich hoffe ja, das Handy war jetzt nicht zu laut, wenn das vibriert, sonst muss ich das mal wegtun. Was? Das sind die, vor denen Nadine uns gewarnt hat. Da drüben. Der Befehl lautet, Ziele eliminieren. Hier! Jemand hat die Tür gesprengt. Okay, sie haben uns nicht entdeckt. Unser Teufel. Das hat... Oh mein Gott Oh Gott Oh Gott ich bin fast tot Oh mein Gott Das ist der nächste Alter was ist denn hier los Sorry 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 Ich kann grad nicht gucken Wie viele kommen denn da noch Sorry ich kann grad auf nix achten Da hinten ist noch wer Guck guck Ich guck gleich Benni was du geschrieben hast Alter wie geil war das ding Was ist das jetzt Okay ich glaube das war's oder Wie eine Nachricht von Elena bekommen Hä Wie meinst du das Timothy Uplay verschenkt den ganzen Achso Monat PC spiel Und zwar habe ich jetzt kostenlos PC spiel abgreifen Ubisoft verschenkt was Welche denn Welche verschenkt denn Ubisoft Und jetzt mal ernsthaft wie geil haben wir das bitte gelöst 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 Wir haben es fast geschafft alle mit Nur mit Also wir haben echt wenig erschossen Die meisten haben wir wirklich mit Handarbeit weggemacht Gute alte deutsche Handarbeit Voll gut oder Ey ich bin grad echt begeistert wie wir das geschafft haben Ich muss sagen ich finde das aber Gerade ein bisschen Man muss taktisch ein bisschen mehr überlegen Also es ist ein bisschen anspruchsvoll Als irgendwo decken zu gehen Und alle nur kaputt zu schießen Ja und jetzt Ist uns das jetzt gebracht Hier ist nichts Wart mal Da hätten die nicht hochgekommen Wollen die mich jetzt verarschen Hallo Oliver Na wie geht's dir Schön dass du auch wieder am Start bist Oh Gott war das knapp Wie geht's dir Ähm Okay hier geht's lang Was Und wo geht's jetzt weiter Ähm Ja Oliver Wir sind gerade in Schottland Wir müssen Schottland sein Okay Können wir Wir packen uns das da was Nee oder Nee Doch oh Ah okay Okay wir sind los Ja genau wir sind auf dem Weg zur Kategorie Drale Oliver Ja die Es ist ihr ganz Ne Easy Die sind auf so einer Klippe Und machen da noch Räuberleiter Alles easy Alles easy Hallo Mega einfach alles Das sind echt Das ist so krass Was die hier können Da ist die Kathedrale Ja Ein paar Katzensprünge Ist es so die Sache Wo wir lang müssen Mal gucken Wo es weiter geht Ja